Hallo Leute, ich hatte es vorhin angekündigt, in meinem letzten Video, aber hier kommt jetzt auch noch der What's on my phone Tag. Wie heißt die zweitgrößte Stadt Ungarns? In welcher Stadt kann man mit dem sogenannten Ebelweih-Express fahren? Welches mehr gibt es nicht? Wie werden die Ohren des Schwarzwildes in der Jägersprache genannt? Welches Tier gehört nicht zu den sogenannten Big Five auf einer Safari? Wo kann man auf sogenannte Scheren treffen? Aus welchem Metall ist der Draht in einer alten, gewöhnlichen Glühbirne? Was entwickelte Timothy Berners-Lee 1989 für das Kernforschungsinstitut Kern in Genf? Wie heißt die Nachfolgeversion der Programmreihe Creative Suite von Adobe? Der Duft welcher Pflanze stimuliert Katzen? Bombus kann fliegen, lebt sozial und ist in mitteleuropäischen Wesen und Gärten häufig anzutreffen. Welches Tier ist gemeint? Woran kann man männliche von weiblichen Regenwürmern unterscheiden? Okay, das war's mal wieder von diesem Video. Wenn ich noch Zeit habe, dann wird es noch mal ein Let's Play Quiz Duell geben. Mal schauen. Also bis später vielleicht. Ciao, Leute.